Seid ihr soweit? Eins, zwei, drei! Was machen Sie beruflich? Ich bin Doc Führer. Du blickst auf fast 40 Dienstjahre zurück. Wir wünschen dir von Herzen einen schönen Ruhestand. Sei kein Spielverdamer. Ich kann nicht. Ich fahre morgen früh zum letzten Mal rüber nach Berg. Juhu! Als ich noch sehr jung war, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich mit geschlossenen Augen ganz gut sehen konnte. Was halten Sie von einer kleinen gemeinsamen Tour durch Oslo? Alles startklar? Das Leben ist viel zu kurz, um zu warten. Ich bin Doc Führer. Ich bin Doc Führer. Untertitelung des ZDF, 2020